In Griechenland und der Türkei kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen mehrere verheerende Waldbrände. Türkische Regierungskräfte evakuierten die Umgebung eines Kraftwerks im Südwesten des Landes, in dem tausende Tonnen Kohle lagern. Im nahegelegenen Hafen Oren sammelten sich in der Nacht hunderte Menschen, die mit Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht wurden. Viele hatten nur wenige Habseligkeiten aus ihrem Zuhause mitnehmen können. In Griechenland wüten derzeit mehr als 100 Waldbrände. Auf der Insel Euböa wurden mindestens 150 Häuser von den Flammen zerstört, die zudem dieses Kloster aus dem 16. Jahrhundert bedrohen. Laut Behörden ist der Waldbrand wegen der hügeligen Landschaft besonders schwer zu bekämpfen. Die ungewöhnlich heftigen und zahlreichen Waldbrände in der Türkei, Griechenland und anderen Ländern Südeuropas sind nach Einschätzung von Experten eine Folge der Klimakrise und der globalen Erwärmung. Dadurch steigen sowohl die Anzahl als auch die Intensität von Hitzewellen und Waldbränden. Eine vergleichbar heftige Brandsaison gab es in der Türkei laut EU-Angaben seit 2003 nicht mehr.